Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge von HiPoDiPoPi Ähm Oh 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 nein Ich hab eine Angel-Kombo und Ich hätte mir keine Chance mehr Oh 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 Geleckt Das nutzt man als gegenseitige Tymonia Nicht schon wieder Du waren wie armselig das 1 gegen 1 ist Aha Nur nicht gerechnet Damit hat er nicht gerechnet Noch nicht afg Ah Loll Ich hab schon gerade dafür gegessen Aber damit hat er jetzt nicht gerechnet Aha Ich bin gleich down Ah 10 Ne Das ist nicht wahr Ne Ich will ihn nicht Da kämpft Ne Definitiv nicht Da kann ich 10 Erznamen Was wird mit dem Bogen hütet Was wird mit dem Bogen hütet Oh Mann Mann Habe ich Das ist 1 gegen 1 ne Also Hier war 1 auf pvp viel viel geiler Ich meine Aber jetzt ist es nur noch für den Scheiß Das hat wirklich viel mehr spaß Das hat Hat Ah Kampf aus der Außenwelt Wow Oh Noi Nochmal Kampel in der Außenwelt Alles klar ib Das Auch refuses Also H Auf Auch Schau Nahr Null voll vermittelt Hm... Ich bin lustig Der reale... Heitoks Geht aus dem Taker Ach... Alle Saiton ist ausklar Oh wow wow Oder Slalom Das macht mir irgendwie so extrem lustig wenn da auch mal irgendwie so YouTuber wie sie voll gut PvP können Ich weiß nicht wie das geht Ich bin auch schlecht in PvP Ich bin auch nicht Ich bin auch nicht Ich bin auch nicht Die eingebaut Ach so ist irgendwie der Seatoks wieder hier Ah hallo Kappiii Yeeeh Lines Die sagen auch manchmal ein paar Leute, ich soll doch mit Trick-Taback oder spielen oder so. Mach ich nicht, weil ich die ganzen Blöcke fülle. Woah, 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 was für ne Kombo. Jetzt auch mal FF, O, V, was alles hochstellt, aber das mach ich nicht. Der Detektor-Pack, da muss ich hier alles einfinden und was? Geh jetzt im Grunde an. Oder es ist es gewesen von 1W1, wenn euch das Video gefallen hat, das ist eine Bewerbung der Abo. Und tschüss.